Man hat ihn während der Schulzeit auf der Straße gefunden. Er ist völlig verängstigt und will mit keinem sprechen. Er zeigt auf Ansprache keine Reaktion. Er steht noch unter Schock. Victor spricht nicht. Er wurde taub gebunden. Ihr Sohn ist ein perfektes Ziel. Mein Sohn ist in Gefahr. Regel das. Zerstör mein Leben nicht wieder. Da brauchst du Hilfe von jemand anderem. Du gehst... Das haben Sie ihm angenommen. Das haben Sie ihm angenommen.